Hallo, heute zeige ich euch meine fränkischen blauen Zipfel. Für die blauen Zipfel benötige ich Senfkörner, da habe ich Lorbeerblatt, Nelken, Pfefferkörner und Wachulderbirnen, natürlich fränkische Bratwürste, bisschen Zucker und den Weißweinessig, in Franken sagt man Schoppen, also das ist jetzt 250 Milliliter Weißwein, ich habe einen Silvaner genommen, es sollte schon ein fränkischer Wein sein. Wasser und Zwiebeln. Das sind die Zutaten, die wir heute benötigen und jetzt fangen wir mal an. Die Karotten schäle ich mir, befreie sie von den Enden, und jetzt schäle ich mir gleich noch die Zwiebeln. Die genauen Mengenangaben schreibe ich euch natürlich ins Rezept. Der Unterschied zwischen normalen blauen Zipfeln und den fränkischen blauen Zipfeln ist, dass bei den fränkischen eben der Weißwein mit reinkommt. Wie gesagt, bei mir ist es heute ein Silvaner, aus Franken, also es sollte schon ein fränkischer Wein sein, wenn wir fränkische Bratwürste haben, und eben nach fränkischer Art die zubereiten. Das kann ich jetzt weg machen, damit bin ich jetzt mal durch. Da kommt nichts mehr. Stell ich mir gleich meinen Topf mit her, dass ich die kleingeschnittenen Sachen gleich in den Topf geben kann. Ich nehme die Zwiebel, halb hier mit ihm, und schneide ihn in halb Ringe. Als Beinlage gibt es heute bei uns zu den blauen Zipfeln ein frisch gebackenes Rockenbrot, das bieb gerade im Ofen, Senf und mehr Richtig. Die Zwiebel bin ich fertig. Wie gesagt, die gebe ich schon gleich in meinen Topf rein. Jetzt nehme ich mir die Karotten, halbieren wir die, dass ich so ungefähr Stücke von 5 bis 6 cm Länge habe. Dann schneide ich mir die in Streifen. Die sollten nicht zu dick sein, so ungefähr 1,5 bis 2 mm. Dann gebe ich die auch in den Topf rein. Und das mache ich jetzt mit meinen beiden Karotten. Blaue Zipfel wird dem Franken zum Beispiel gerne für Geburtstagsfeiern gemacht. Da kann ich mir den Sud vorbereiten. Und wenn dann die Gäste da sind, muss ich die Bratwurst nur noch reinlegen. Da die nichts mehr kochen müssen, sondern nur ziehen, habe ich dann das ganz schnell zubereitet, wenn meine Gäste da sind. Die Schnippelarbeiten habe ich jetzt erledigt. Jetzt gebe ich noch die restlichen Zutaten in meinen Topf rein. Meine Senfkörner, die Lorbeerblätter, Wacholder, Nelken und Pfefferkörner, Meinen Weißwein, das Wasser, jetzt fülle ich mir schnell noch mal den Essig ab. Ich nehme genau so einen Schoppen Essig, wie ich weiß wann nehmen, also 250 Milliliter. Das war eine Punktlandung, was perfekt ist, sind genau 250 Milliliter. Und nochmal den Zucker. Den Zucker müsst ihr ein bisschen nach Geschmack machen, wie es euch schmeckt. So, jetzt lasse ich das Ganze aufkochen. Ich gebe noch den Deckel darauf. Mein Sud kocht jetzt leicht. So lasse ich das jetzt für 15 Minuten köcheln. Meine Bratwürste habe ich jetzt alle in den Topf rein. Ich habe 9 Stück genommen. Wir sind zu dritt. Ich rechne pro Person 3 Stück. Ich probiere mal den Sud. Der ist für mich genau so richtig. Ich gebe jetzt da nichts mehr dazu. Ihr könnt es nach eurem Geschmack machen, wenn ihr mehr Essig haben wollt oder noch mehr Weißwein. Dann gebt ihr es einfach dazu oder noch eine Prise Zucker. Das macht ihr, wie ihr möchtet. Unser Brot ist auch schon fertig gebacken. Bei uns gibt es heute ein Roggenmischbrot dazu. Wenn ihr sehen möchtet, wie ich das Brot gemacht habe, dann schreibt es mir in die Kommentare. Dann mache ich euch gerne ein Video davon. Jetzt lassen wir sie so ca. 15 bis 20 Minuten ziehen. Und dann können wir schon essen. Die fränkischen blauen Süpfel sind jetzt fertig. Ich zeige sie euch nochmal von nahen. Dann seht ihr, dass sie überall schön durchgezogen sind. Wir werden uns die jetzt schmecken lassen. Das Rezept dazu findet ihr wie immer am Schluss des Videos auf meinem Kanal Fränkisch-Bayerisch-International-Kochen mit Sandra. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.